Guten Tag, mein Name ist Andreas Ring. Ich bin einer von zwei geschäftsführenden Gesellschafter der Ring Maschinenbaugruppe mit Hauptsitz in Pirmasens. Ich möchte Sie heute zur ISA 2017 nach Pirmasens für den Zeitraum von 19. bis 21. September recht herzlich einladen. Wir werden zur ISA 2017 eine Weltneuheit präsentieren und zwar unsere neue Flex X800 Perveree-Anlage. Die Maschine ist eine ganz neue Entwicklung mit verschiedenen Themen im Bereich Industrie 4.0 und wird verschiedene neue revolutionäre Verfahren in einer Anlage präsentieren. Ich würde mich freuen, wenn Sie zu den Öffnungszeiten zwischen 9 und 17 Uhr nach Pirmasens kommen würden und uns besuchen. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 standår Schauspieler